Was geht, WWE Universum? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Ganz kurz nur der Hinweis, auf meiner Instagram-Seite verlose ich momentan WWE 2K18 für die Nintendo Switch. Alle Informationen findet ihr im entsprechenden Gewinnspielbeitrag. Link dazu als Top-Kommentar, aber auch in der Beschreibung. Fangen wir aber mal mit dem heutigen Video an. Ach ja, noch ganz kurz, heute gibt es wieder einen Livestream ab 20 Uhr. WWE 13 und SmackDown vs. Raw 2007. Schaltet ein, twitch.tv. Vielleicht gibt es was zu gewinnen, schauen wir mal. Seit dem Royal Rumble befinden wir uns mitten in der Road to WrestleMania. Wie jedes Jahr werden in dieser Road to WrestleMania die WWE Hall of Fame Neuaufnahmen verkündet. Dieses Jahr zum Beispiel Goldberg, der Headliner. Es gibt aber noch ein paar Wrestler, die ich unbedingt in dieser WWE Hall of Fame sehen will, aber sie aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht drin sind. Von diesen Wrestlern präsentiere ich euch heute 10 Stück. Wie immer ist dies nur ein kleiner Ausschnitt von einer riesigen Liste von Wrestlern, die unbedingt in dieser Hall of Fame gehören. Deswegen, wenn ihr meint, dieser Wrestler sollte unbedingt in die Hall of Fame, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare mit einer kleinen Begründung und dann hat sich die Sache auch gegessen, oder? Fangen wir aber mal an mit der Nummer 1, nämlich The Rock. Wer nicht so regelmäßig die WWE Hall of Fame verfolgt, wie ich zum Beispiel, könnte der Meinung sein, dass The Rock schon längst WWE Hall of Famer ist. Dies ist aber nicht der Fall. The Rock gehört zweifelsohne zu den größten Superstars, die die WWE jemals hervorgebracht hat. Auch Nicht-Wrestling-Fans dürfte Dwayne Johnson, so der richtige Name von The Rock, mittlerweile ein Begriff sein, nicht zuletzt durch seine Rolle in der Fast and the Furious-Reihe. Platz 2 Chris Jericho Chris Jericho war erst Teil der ECB, WCB, dann später aber auch der WWF, die wir heute als WWE kennen. Jericho gehört wohl zu den beliebtesten Superstars überhaupt im Wrestling-Universe und seine ganzen Catchphrases, wie zum Beispiel Raw as Jericho oder You Just Made The List. sind einfach legendär. Die WWE hat zudem Jericho auch einiges zu verdanken, nicht zuletzt das Money-in-the-Bank-Match. Nummer 3 Kane Der entspanning geborene Clan Jacobs ist bereits seit 1995 Teil von World Wrestling Entertainment. Seit 1997 verkörpert er dieses Demon-Gimmick, das wir heute noch kennen. Er setzte mehrmals seine Gesundheit aufs Spiel, auch in dieser Undertaker-Cain-Feder-In-Attitude-Ära und bis heute ist er sehr, sehr beliebt. Auch wenn er aktuell versucht, außerhalb der Wrestling-Welt Fuß zu fassen, ich sag bloß diese ganze Bürgermeistersache, ist das Ganze, was er in dieser Wrestling-Zeit erreicht hat, mehr als beachtenswert und deswegen ist ein Future Hall of Fame Platz für ihn eigentlich mehr als sicher. Nummer 4 John Cena John Cena ist auf jeden Fall ein Name, den wir in künftigen Hall of Fame-Aufnahmen unbedingt hören sollten. Debutiert ist Cena bereits im Jahre 2002. Vorher war er in der WWE-Entwicklungsliga Ohio Valley Wrestling unterwegs. Ab 2005, also zu WrestleMania 21, folgte dann dieser Monster-Push. Seitdem ist Cena, das Face of the Company, dies bis heute und wohl einer der größten Superstars der heutigen Zeit. Dass dieser irgendwann mal in die WWE-Hall of Fame aufgenommen wird, das dürfte doch klar sein, oder? Nummer 5 Owen Hart Wir hatten ja bereits bei keinen Aspekt Gesundheit aufs Spiel, aber bei Owen Hart war es ein bisschen mehr als nur die Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Durch einen missglückten Stunt bei Over the Edge 1999 verlor Owen Hart sein Leben. Allein das sollte schon ein Punkt sein, ihn endlich in die WWE-Hall of Fame aufzunehmen. Natürlich ist auch, was er im Ring geleistet hat, mehr als preisverdächtig. Nummer 6, Triple H Ja, wer soll er denn hier sonst noch sein? Triple H, mein Lieblingswrestler, er muss einfach in diese Liste mit hinein. Hunter ist seit 1995 Teil der WWE. Von 1995 bis heute konnte sich Triple H mehrmals World Title Gold um die Hüften schnallen, war aber auch Teil von vielen bekannten Gruppierungen, wie zum Beispiel T-Generation X, aber auch Evolution. Auch hinter den Kulissen ist Triple H tätig, was einigen sehr positiv ins Auge fällt. So ist er maßgeblich für den Erfolg von NXT verantwortlich, holt aber aktuell auch 205 Live aus der Irrelevanz. Paul Levesque, so der bürgerliche Name von Triple H, hat viel für die WWE geleistet, wenn ich viel sage, meine ich viel, und hat daher seinen Hall of Fame Platz mehr als verdient. Nummer 7, Shane McMahon Leute, ich bin zu euch ehrlich, ich hatte noch einen Platz frei und wusste nicht, ob ich Shane McMahon oder Stephanie McMahon in diese Liste nehmen soll. Letztendlich fiel aber die Entscheidung auf Shane McMahon. Dieser hat wohl Backstage nicht so viel zu sagen wie Stephanie McMahon und hat auch nicht so viel erreicht, aber was er im Ring gezeigt hat, war einfach klasse. Ich sag nur, Shane springt von allem und jedem herunter. Also, ja, allein deswegen, Shane muss auch in die Hall of Fame. Nummer 8, Vince McMahon Vince McMahon, der Vorstandsvorsitzende von WWE, aber auch der Kopf hinter Wrestlemania. Das sind nur einige Sachen, die wir den heute 72-Jährigen zu verdanken haben. Auch wenn einige in seinen Rücktritt fordern, sind wir uns doch alle einig, dass Vince McMahon seinen Platz in der WWE Hall of Fame redlich verdient hat. Und selbst nicht erster Vorstandsvorsitzender, also von daher, er kommt so oder so in die Hall of Fame. Also, ja. Nummer 9, Hulk Hogan Der Hulkster wurde bereits im Jahre 2005 im Rahmen des Wrestlemania 21-Wochenendes in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Und das völlig zu Recht. 2015, also zehn Jahre später, wurde er aus der WWE Hall of Fame aufgrund von Rassismusvorwürfen geworfen. Hogan gehört aber in diese WWE Hall of Fame wie niemand anderes. Niemand hat in den 80ern und frühen 90ern die WWF so geprägt wie Hulk Hogan. Ich meine, selbst mein Opa kennt Hulk Hogan als Wrestler und der hat mit Wrestling so mal gar nichts am Hut. Also, das wird schon was heißen, oder? Nummer 10, The Undertaker Ich weiß, diesen Namen wolltet ihr hören. Der mittlerweile 52-Jährige gehört einfach in die Hall of Fame. Er gehört nicht nur zu den beliebtesten Superstars des WWE-Rosters, nein, er tritt auch seit bereits 1990 in den damals noch WWF-Ringen. Sein Gimmick ist noch ein letztes Überbleibsel dieser kuriosen Gimmicks der 90er. Das dürfte auch ein Grund sein, warum der Undertaker so beliebt ist. Birdalive Match, Hell in a Cell, die ganze Attitude-Ära. Sein legendärer Streak, das sind alles Punkte. Undertaker gehört in die WWE Hall of Fame. Wer was anderes sagt, den kann ich nicht ernst nehmen. Den kann ich nicht ernst nehmen. Tschüss. Nein. Das waren nun 10 Wrestler, die unbedingt in die WWE Hall of Fame gehören. Wie schon gesagt, das war nur ein kleiner Ausschnitt von einer riesig langen Liste mit Wrestlern, die genau in diese Hall of Fame gehören. Habt ihr einen Kandidaten, den ihr unbedingt in der Hall of Fame sehen wollt? Dann schreibt es doch einfach in die Kommentare und packt dazu noch eine kleine Begründung. Bin mal gespannt, wenn ihr es so nennt. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch und lasst auch mal ein Abo da. Das kostet hier auch nichts. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann er dieses Video schaut und... Ciao! Ciao!